hallo leute und herzlich willkommen zurück bei sengoku dynasty also hast du dich entschieden das gasthaus würde ich hier so stehen lassen so als haupt anfahrstelle für alles neben der glocke und dann wird sozusagen hier dahinter einen kleinen minigarten machen oder sowas aber die brauerei kriegen wir hier niemals richtig gescheit hin das ist kein problem ich würde sagen wir packen nicht hier ein bisschen was großes hin und dann packen wir die die lager hier in der nähe kannst du machen ja als erstes greifen wir das waffenlager so ich habe die brauerei wir wollen das eingestellt okay das dämlich was nach dem bild zu urteilen sah es so aus als wäre der eingang auf dieser seite also habe ich es so gemacht dass man hier das ist ein kleines haus was du verschiebst aber doch keine rüstungskammer ja und dann packt die rüstungskammer irgendwo hier hin damit sie aus dem weg weg ist und jetzt nochmal verschieben gut kannst du sagen ob sie hinten bündig ist also dann geht die rampe aber zu dir hinter ja so wie du jetzt stehst genau das ist der plan möchtest du nicht näher an den weg landen wo du gerade drüber stehst oder möchtest du da noch mehr weg machen ich möchte hier ein bisschen so platz haben also zum weg hinten ist noch platz aber so ich kann nicht näher ran naja dann musst du es so machen nicht denke mir hier können wir zum beispiel wasser irgendwo hier hin packen oder so holen wir uns genau das stört sich echt an diesen verdammten dingen form vom penner halt keine ahnung und das können wir nicht da preisen oder dann kriegst du nicht weg da muss man wahrscheinlich neuen laden ja ich muss langsam wieder was essen ja das ist eine sammlerhütte ja so wie das hier wo haben wir noch eine hier das wird doch irgendwie hier hin aber was ist hier im weg soll ich den weg wieder weg machen ne ist gut ich will es jetzt mal so hier hin ich glaube das ist gut denn neben dem gasthaus so eine kühlbox zu haben wo das bier kalt gelagert wird ist sicher knorke ja verstehe gut und irgendwo haben wir doch noch da das getränkelager da wir 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 sieht das hier gut aus das ist ungefähr mit dem eislager einer stufe das muss so hinten nach links drehen noch ein stück sehen jetzt sollte es halbwegs gerade sein zum lager so so dass es noch dieselbe höhe schieben wie das lager ja das lager ja da muss nach hinten 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 mehr kann ich im moment nicht so gut so sie war im weg okay so noch ein wenig hinter 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 ja kannst du ein stück noch ein stück noch ein stück noch ein stück hinten bis nach links drehen kleines stückchen so kann ich glaube ich soll ich noch ein bisschen nach links gehen ein stück ja okay das ist auch der master vom desaster sieht gut aus dann machen wir hier so ein großes feld oder als sammelplatz genutzt werden kann sozusagen das sieht ein schnick aus ich gehe ein bisschen stein holen mache geschmiedetes gemeißelte gemeißelte genau ich mache ein bisschen damit wir den boden werken können so das ist schön dass wir ein problemlos erkannt können dass es keine beschwerden gibt ja wir haben nicht genug davon wir haben nicht genug jenes so ich habe mal ein paar wege gesetzt dass es so wie ein platz ausschaut wurde auch die glücke mit drauf steht sehr gut dafür mache ich die gemeißelten steine da würde ich sagen aber hier ja so und dann müssen wir einfach nur noch rausfinden wo wir welche hütten hinbrechen gut wir produzieren ein paar gemeißelte steine und dann kommen wir und machen zeugs da müssen wir jetzt eigentlich noch mal neu laden also muss bei mir dass sich die textur hier wieder anpassen sonst sieht es jetzt ein bisschen doof aus weil ich habe es sozusagen hinter der gasthaus läuft zu einer trampelfahrt im kreis und da kann man sozusagen den kleinen garten anlegen und das machen wir zwischen den nächsten folgen würde ich sagen können wir machen ja das geht eigentlich klar würde ich sagen ja das sieht gut aus ist es gewollt dass es hier weiter geht mit dem ja hier geht nämlich dann der trampelfahrt los man halt hier so im kreis wollen wir von hier auch weg machen nach hier drüben ne hier ist doch sozusagen wie ein kreis hier das ist ich sehe es ich sehe es ok gut sowas wie ein teich kann man nicht anlegen oder weil das war halt richtig geil wie so ein koi teich direkt in der mitte da vorne ein paar bänke außenrum das wäre cool ja das wäre cool wenn man so wirklich so ein teich oder sowas machen könnte ich habe da noch so 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 So, da war in der Mitte wieder ein kleiner Platz frei. Ja, haben sie gesehen. Ja, das ist wie so eine Hauptstraße hier, aber irgendwie so dick ist das, oder so breit ist das. Ja, wird langsam breit für hier, wo man sehr viele Sachen schmiedet und herstellt. Ich glaube, das ist so halt dann gut. Jetzt haben wir ja hier zwei Sammlerhütten. Wo wollen wir die hinpacken? Ich würde die nach oben zu den Jägern mit hin tun, weil sie sozusagen Sammler sind. Wir müssen ein wenig in die Natur. Okay. Dann gehe ich zum einen Jäger da oben. Der ist zwar ein bisschen in Bäumen drin, aber scheiß drauf. Das ist nicht der Nürnberg. Der ist nicht der Nürnberg. Das ist nicht der Nürnberg. Das ist nicht der Nürnberg. Das ist aber ein bisschen zugebracht. Was ist denn da? Ist das noch ein Wendels hier? Ah, kein Material mehr. Okay. Äh, wo haben wir noch Steine? Ach ja. Ich darf weiterhin keine Pflanzen platzieren, weil ich ja zu viel platziert habe. Das ist schon ein bisschen nervig. Ja. Hm. Und wenn ich gerade schon hier bin. Wenn ich die Hütte auch gleich mitnehmen, nach oben packen. Ja. 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 Gut, was ist das? Ah, das ist das Lager. Das Haugtlager. Jetzt sehen wir, wo wir das hinpacken. Das ist auch links vom Ding hin. Vom Waffenlager. Ja. Kannst du schnell nachschauen, ob das hier gerade ist? Bündig mit der Straße oder gerade wie die Rüstungskammer? Gerade wie die Rüstungskammer. Ist gerade wie die Rüstungskammer. Gut. Wird ich das hier noch ein bisschen ausschmücken? Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch einen Meißel habe, was ich vielleicht noch nicht herstellen könnte. Also Meißel haben wir genug. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich gerade einen dabei habe, aber ich glaube nicht. Achso. Den brauche ich gar nicht mal. Nee, wir brauchen keinen Meißel. Nur der Pöbel braucht einen Meißel. Wir können mit unseren Fäusten das Zeug nach unseren Willen formen. Next Level Shit halt. Hm? Okay. 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 hier müssen wir nur noch rausfinden wo wir die anderen hütten hinpacken aber wir finden sich einen weg und dann noch ein bisschen schön machen und dann hätten wir es so ziemlich ja wo wohin der kommt direkt daneben jawohl ja jetzt genug stein komme zurück mache daraus gemeißelten stein und unser charakter sollte oder irgendetwas sagen wenn er schon kriegt das ist ja viel zu krass sich ja noch melden würde irgendwas wer ja das wäre eigentlich sehr hilfreich ja eigentlich schon zum beispiel wenn du von einer klippe runterfällst dann weißt du hab schon gekriegt wenn du verhungern bist ich habe schaden gekriegt denn wie oft ist es mir passiert dass mein charakter hunger hat und er ist erst gemerkt habe dass mein leben fast null war ja das ist mir auch nicht nur ein einziges mal passiert ich glaube der tag ist bald vorbei oder ich meine bis die arbeiter sagen wir haben wir haben die arbeit vollbracht ich weiß noch ob oben beim kompass dieses ding ob das da irgendwas mit der ich glaube es also dieser strich oder ja dieser gelbe strich ich glaube das ist also nicht die ende der des arbeitstages ich will Gut, das hätten wir. Dann wieder Hammer nehmen. Oh, du hast es schon. Was habe ich schon? Klappelt. Hm. Und. und Ah, ein Weg des Handwerkers freigeschaltet. Wow. Hm. Ach, ernsthaft empfehle ich mich wieder steilen, um den Weg zu machen. Ach ja, gibt es hier unten noch was zum Klobben? Dann klob ich mir damit nicht da unten schnell was zusammen. Ah, da ist schon ein paar Hütten weggepackt. Ah, sieht doch gut aus. Ja, ich bin am schauen, ob das gut ausschaut, was ich mir vorgestellt habe. Ah, jetzt ist es auch nicht. Ach ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020